hallo und herzlich willkommen bei einer hunde poly bridge so die brücke war noch ein bisschen schwieriger wie ich dachte denn man hat hier nur eine einzige hydraulik das jetzt hier gemacht hier so eine feste punkt dann hier so die brücke so und die sieht sich dann so hoch hier so habe ich auf 35 eingestellt dann sind hier noch so am ende die beiden kleinen spitzen so ne die bleiben so da stehen weil der stahl sich hier an der wand abdrücken und dann haben wir fertig ich drücke jetzt mal statt könnt ihr euch anschauen wie super sexy das läuft und dann fertig dann gehen wir nächste runde jetzt kommt die enttücke verdammt und verzogen über okay dann gehen wir jetzt mal so nichts lohnt sie an was ist eins sag nicht der fährt erst los ne ich fahre alle gleich seit ich los what the fuck unbegrenzte straße und dann hier auch einfach so brücke straße 65.000 habe ich kein kein holz kein holz nur stahl und titoren na gut dann schauen wir mal wie das hier so abgeht so haben wir das schon mal die fährt bestimmt gleich runter weil zu schwer ist die bremsen zu früh ab okay 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 Wenn der eine Klappsch langsamer wird, wird der eine Klappsch langsamer. Dann habe ich das umfühlen. Ich habe eine Hydraulikphase. Klar, wenn er sofort startet, geht in die Hydraulikphase. Ist ja easy. Kann man sich sowas nur ausdenken? Eigentlich sollte die andere Seite hochgehen. Aber egal. Ich glaube endlich Straßen. So. Ladies and Gentlemen. Da sind jetzt hier die Superbrücke. Im Stahl. So. 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 wie ich das machen soll, aber es wird schon, normal ist die Brücke ja eigentlich gar nicht schwer, genau, ich habe eine Idee, nee, Straße, Upsa, ich mach mal hier Stahl nochmal rein, ich könnte noch ein kleines stück runter fahren, ich mache so. dann erstmal ein kleines Stahl. In den nächsten Mal, ich mache so, ich mache so. Ich werde so, ich gebe es mal, ich mache so, ich mache so. Ich kann nur dran, ich mache so, ich mache so. Und ich komme zu. So, dann machen wir es jetzt anders, wenn das so nicht geht. Dann muss es halt so gehen. So, dann machen wir es jetzt mal. So, dann so. So. So, jetzt haben wir die ganze Brücke umgehauen. So, dann machen wir es jetzt. So, dann machen wir es jetzt mal. So, dann machen wir es jetzt mal. So, dann machen wir es jetzt mal. So, dann mache ich jetzt hier auch nochmal so was schönes rein. So, dann machen wir es jetzt mal. So, dann machen wir es jetzt mal. So, dann machen wir es jetzt mal. Hm. Ja. Hm. Was passiert wenn ich hier so. Eine Schranze reinbauen. Nee. Ich denke mal, das hier ist eine scheiß Idee. Jetzt bremse ich ja alle aus. Das klappt ja auch nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Meine Nase kribbelt. Ekelig. Schau mal hier halt. Die Straße wieder rein. Jetzt wisst ihr bestimmt auch was ich vorhabe. Ich habe mir gerade gesehen so ein bisschen. So muss das reichen. Cool. Und eine Straße dahin. Eine Hydraulik dahin. Nee, nee, nee. Lass mal löschen die Hydraulik. Damit ich hier... Hallo? Ach. 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 Ich hätte gedacht, das wäre eine gute Idee. Ach. Das ist die Hydraulik. Ja, das ist das blowjob. Das geht auch gar nicht. Ach. 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 Oh, das geht schon. Musik 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 So, dann machen wir jetzt so hier Stahl-Träger rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Stahl-Träger 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 Jetzt müsste mal die Brücke runterfallen. Warum ist der Holzbeil weggegangen? Warum? Egal. Brauchen wir nicht. Ütraulich. Nein. Bam. Pff. 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 Machen wir drüben auch noch mal das ganze so schön Machen wir drüben auch noch mal das so schön Hydraulik Ah, hab ich in der Hydraulik eingesetzt Straße Stahl 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 Die hält nicht. Na gut, jetzt haben wir uns schon mal die anderen Bruggenalle angeschaut, die kommen. Dann haben wir ja noch dahinter welche, die wir noch nicht geschafft haben. Wo ich noch auf Hilfe warte. Wahnsinn, grad. Okay, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Einer war noch nicht geschafft und drei unter Budget. Okay, da haben wir alles, da haben wir alles. Okay, haben wir grad mal fünf geschafft und vier unter Budget. Na gut, ich hoffe euch hat die Runde gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.